In der Jugend sind in der Jugend die Ohren weggeschnitten worden, da kann nur einer spazieren gehen. Dann muss die Ohren weggeschnitten. Warum, wissen wir ja nicht. Wenn ich mich dann reingehnte auf den Fuß hat, da kann nur einer spazieren gehen und den liegt dann abgöttisch. Und der Mann ist ein Pensionist und nimmt ihn auch, dass ich das Leben so halte. Ja, genau so ist es. Das ist jetzt am Klo, das machen wir nachher. Jetzt alle, jetzt alle, glaube ich, das ist jetzt am Klo, jetzt machen wir alle erst. Na, kommt her, erst machen wir alle. Unsere Kandidaten für die Wahl in das EU-Parlament, Dr. Hannes Hobota und Christa Breth. Wir haben diese Diskussion, die Kultur eines sozial gerechten Europas, lange in unserem Vorstand diskutiert. Und ich möchte jetzt einen Wunsch in den Raum stellen, eine Dreidwiederung unserer Gesellschaft. Nämlich Freiheit für die Kunst, das heißt Kultur, Freiheit für die Arbeit, Gleichheit für den Gesetz und Brüderlichkeit in der Wirtschaft. Ja, schönen guten Abend. Die momentane Situation in Österreich, die politische Situation, ist natürlich etwas, was mich zutiefst betroffen macht. Sie wissen was? Sie rennen Polizisten so entgegen, eine Retzungsbank so entgegen, also überhaupt nicht. Sie rennen, rennen, aber überlaufen, oder so, dass sie laufen, die Kärme. Sie laufen, ja, sie laufen, ja, sie laufen, ja. Das ist ja die weiße Rappi. Schön, danke. Ich muss noch nach Wien, ich werde noch ziemlich, ich werde noch nicht klappen, aber ein paar Minuten. Ein paar Minuten? Ja, aber ich glaube, du kannst nicht mehr bleiben. Ich muss ja auch, so zehn Minuten ungefähr. Wie, Holz? Ja, ja, wie, Holz? Ja, ja, wie, Holz? Das ist die Frau Dr. Masch, die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit, das ist, die O ist da, das ist da, das ist da, ein Behandlungsraum, da ist da der OP. Da ist ein bisschen besser als eine Knopfensache gemacht worden, von einem Feuerwehrmann, der Hund, der drückt, früher hat man halt gedruckt, hat gesagt, naja, das wird schon was sein. Nehmen wir uns halt einmal abfübern, das machen wir, ja, so war es früher. Aber bei Menschen auch zum Teil, von einem Feuerwehrmann, das ist ja genau. Nein, das ist eine Katzebrennung, oder zwei. Oder zwei, ja. Ist schwierig, ne? Wir haben eigentlich eine Bewegung, die sehr gewaltigt. Dann haben wir eine Scheine. Ja, ist nicht eine Scheine. Da werden Sie sagen, der Ostern sucht sich nur eine Rassetiere aus. Ja, so ist der Ostern. So, darf ich Sie vielleicht ein bisschen zu mir vorbitten, dass Sie sich so schön sehen? Genau, ja. So. Nur zum Blick zu mir vielleicht. Wollt ihr euch herschauen? Zu mir bitte. Kann sie auch herinschauen, ja. Dankeschön. Okay.